Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Wir öffnen heute das allererste Türchen vom Kalender oder eher das allererste Päckchen für euch. Also seid gespannt und bleibt dran. So, hier habe ich jetzt das Päckchen, was wir jeden Tag ab jetzt zusammen öffnen werden. Und mal schauen, was sich da heute drinnen verbirgt. Also hier habe ich einmal natürlich Schroki und zwar Smarties. Und dann haben wir noch diesen Bonk-Sai hier von Maybelline. Um diesen Bonk-Sai hier zu gewinnen, solltest du natürlich ein Abonnent von meinem Kanal sein. Vergiss auch nicht, die nächsten zwei Videos noch abzuwarten, denn wir losen ja immer aus nach jedem dritten Türchen. Das habt ihr ja so entschieden und das Video geht jeden Tag um 11 Uhr online. Solltest du noch weitere Fragen haben, wie die ganze Aktion hier funktioniert, dann verlinke ich dir die Videos nochmal unten in der Infobox. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns auch schon morgen, wenn wir dann das nächste Türchen öffnen. Bis dann, ciao!